Hallo, ich bin die Manuela. Ich habe lange nicht gewusst, welchen Berufsweg ich einschlagen soll. Ich habe mich dann für das Lehramtsstudium für BHS entschieden, weil ich da sowohl in der Wirtschaft als auch als Lehrerin arbeiten kann. Und das erste Mal, als ich in der Klasse gestanden bin, habe ich gewusst, ja, das ist es und das muss ich jetzt machen.